Hey Leute, heute mal nur ein kurzes Video. Ich bin gerade mit Penny draußen und eigentlich wollte ich heute einen Vlog machen, aber wie man sieht regnet es halt gerade ein bisschen und ja und weil es regnet gehe ich heute auch nur mit Penny eine kurze Runde. Ich wollte mich auch noch für das gute Feedback auf meinen Corona-Schweller bedanken und das war's dann auf dem heutigen Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss.